Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarkt Prospekte und Angebote Deutschland. Willkommen bei Aldi Nord. Entdecken Sie die fantastischen Angebote vom 1. bis 6. Juli. Lassen Sie uns gemeinsam die Highlights dieser Woche erkunden. Die neuesten Rabatte schnell erfahren, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen. Diese Woche gibt es bei Aldi Nord frisches Obst und Gemüse zu unschlagbaren Preisen. Genießen Sie die saftigsten Sommerfrüchte und knackigsten Gemüsesorten. Holen Sie sich die Frische direkt in Ihre Küche. Für alle, die auf Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung setzen, bietet Aldi Nord diese Woche große Rabatte auf Bioprodukte. Entdecken Sie unser Sortiment an Bio-Gemüse, Bio-Milchprodukten und vieles mehr. Tauchen Sie ein in die kulinarische Welt Spaniens und Portugals. Diese Woche gibt es bei Aldi Nord ausgewählte traditionelle Produkte aus diesen beiden Ländern. Von köstlichen Corizos über leckeren Manchego-Käse bis hin zu erfrischenden portugiesischen Weinen. Genießen Sie die Aromen des Südens zu reduzierten Preisen. Lassen Sie sich von der Vielfalt der iberischen Halbinsel verzaubern und bringen Sie Urlaubsstimmung in Ihre Küche. Die Wochenangebote bei Aldi Nord bieten eine breite Palette an reduzierten Produkten. Egal ob Sie nach frischen Lebensmitteln, Haushaltswaren oder Pflegeprodukten suchen, hier werden Sie fündig. Diese Woche gibt es besonders attraktive Rabatte auf verschiedene Kategorien. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, hochwertige Produkte zu unschlagbaren Preisen zu ergattern. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, hochwertige Produkte zu unschlagbaren Preisen. Ihre Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Bei Aldi Nord gibt es diese Woche alles, was Sie für Ihre Renovierungs- und Reparaturarbeiten benötigen. Entdecken Sie unsere große Auswahl an Werkzeugen, Batterien und Sicherheitsausrüstung. Von Regalen über Farben bis hin zu Zangen und Schraubendrehern. Alles ist im Angebot. Egal ob Sie ein großes Projekt planen oder kleinere Reparaturen durchführen möchten, bei uns finden Sie die passenden Produkte zu günstigen Preisen. Wir versuchen unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Aldi Nord bietet diese Woche tolle Angebote für Haus und Garten. Von Ventilatoren über Küchenutensilien bis hin zu Reinigungsprodukten. Hier ist für jeden etwas dabei. Verleihen Sie Ihrem Zuhause und Ihrem Garten einen frischen Look mit unseren hochwertigen und preiswerten Produkten. Nutzen Sie die Gelegenheit und sparen Sie bei Ihrem Einkauf. Der Einkaufsspaß geht im Aldi Online Shop weiter. Entdecken Sie eine Vielzahl von Produkten zu unschlagbaren Preisen, ganz bequem von zu Hause aus. Von Haushaltsgeräten über Gartenmöbel bis hin zu Elektronikartikeln. Im Aldi Online Shop finden Sie alles, was Sie brauchen. Nutzen Sie die attraktiven Online Angebote und profitieren Sie von exklusiven Rabatten. Der Aldi Online Shop ist rund um die Uhr für Sie geöffnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ab dem 4. Juli erwarten Sie bei Aldi Nord unglaubliche Wochenendangebote. Zahlreiche Produkte aus verschiedenen Kategorien sind stark reduziert. Von frischem Obst und Gemüse über Fleisch und Fisch bis hin zu Getränken und Snacks. Für jeden ist etwas dabei. Genießen Sie das Wochenende mit den besten Angeboten und sparen Sie dabei kräftig. Die Rabatte gelten nur für eine begrenzte Zeit, also schlagen Sie schnell zu und sichern Sie sich Ihre Lieblingsprodukte zu tollen Preisen. Um über die neuesten Angebote und Katalograbatte informiert zu bleiben, können Sie unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns unterstützen, indem Sie die Videos, die Ihnen gefallen, mögen und teilen. Außerdem sind Ihre Kommentare und Feedbacks für uns äußerst wichtig. Indem Sie Ihre Ideen und Meinungen mit uns teilen, können Sie uns dabei helfen, bessere Inhalte für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung. Vielen Dank für's Zuschauen.